Und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Video. Diesmal mit dem Kev, hallo. Hi. Ja, hallo. Ja, es hat mir ein Pilot. Er wird mich ein bisschen herumfliegen, weil ich ja noch kein Gamepad habe. Ist übrigens der Busch vom letzten Mal, im letzten Video Part 2, wo ich ja noch gesucht habe am Schluss. Ich habe ihn gefunden. Okay. Und Autoböcke. So. Nein, nicht dort einsteigen. Hier einsteigen. Dankeschön. Also wir gehen gleich mal den Stein, äh, ja. Baum im Stein. Baum im Stein anschauen. Ja, in diesem Video werden wir euch noch ein paar Bugs zeigen, aber sicher wird es lustiges zwischendurch machen. Und, ähm, ich hoffe, wir finden ihn direkt. Aber er war hier genau am Anfang dieses Hügelmassivs. Ungefähr, äh, ja, bleiben wir noch ein bisschen oben. Äh, dreht dich mal um 180 Grad. Müsste irgendwo hier dabei sein. Das ist genau eine der kleinen Tannen hier. Müsste ein Stein. Es müsste irgendwo ein Stein sein. Bisschen noch mehr rechts. Dunkel hier. Landen oder weiter? Ich weiß gerade, was ich sehe, ist halt einfach nicht so gut, weil es so dunkel ist. Ah, muss mir Angst sein. Ja, es war gerade auch unkontrolliert, kurz. Weil ich so abgelenkt bin. Ähm, am besten laufen wir jetzt kurz. Also, ich laufe und du fliegst ein bisschen mit, am besten. Damit ich immer wieder ansteigen kann. Das sollte eigentlich noch mehr rechts sein oder sonst noch mehr links, aber ich glaube eher nicht. Ja, das ist heute auch schon wieder einige Zeit höher. Ich habe ja schon eigentlich das ganze Jahr geplant, wieder wieder aufnehmen zu können, aber hatte immer wieder, ja, so. Stoppe im Video. Ah! Er verdrückt mich. Aua! Elfte. Ich glaube, da oben ist es. Es müsste auch ein anderer Stein drin sein. Oh, ich denke, es ist hier oben oder eins weiter rechts. Ja, pflanze dich in den Boden rein. Ja. Ich wusste es auch. Ja. Eintreten. Ja, das ist wieder im Video. Finden wir wieder die Sachen nicht, obwohl man eigentlich sie schon recht gut vorgeplant hat und weiß eigentlich, wo sie sind. Warfel-Effekt. Warfel-Effekt-XL. Ui. Zeig mir mal, was du kannst. Kann ich weghexeln wieder? Ne. Ich bin extra dazwischen durch. Ja, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen zusammenfliegen. Weg. Heftig. Hallo. Ich habe Angst von Huckschlafen. Kau? Wie du geflogen bist. Gute lach, dass man nicht leckt. Manchmal ist es asynchron und man bewegt sich halt irgendwie komisch. und der mitspielen es war alles geplant ich glaube es ist sogar ganz das wäre auch mal so eine challenge wo man so weit wie möglich fliegen geradeaus man sieht alles so gleich erkenntlich irgendwas zu machen wir sind zu weit oben naja wir müssen irgendwo hier runter das würde auch schief ausgehen das merke ich mir sehr gut ich komme mir gerade wie besoffen vor oder so ok jetzt geht es wieder jetzt im video auch ja ok hat wieder wanker kontakt ja müsste irgendwo hier sein bisschen weiter nach vorne extrem cool etwas nicht zu finden ja das kommt mir bekannt vor hier müsste es irgendwo sein auf der suche nach dem schwierigsten weiter ein geradeaus der hang ist eigentlich noch groß das könnte ungefähr hier jetzt kommen sonst haben sie es entfernt anhalten die lesen wahrscheinlich die spieler daten aus und merken da da hat jemand dieses gefunden dort oben ist es geradeaus geradeaus jetzt nur ein graben noch weiter nach links und wer hier ein bisschen den berg hoch ist es dann oder auch nicht vor für effekt noch ein weiter nach links wir sind schon hier unten also hier ist es ich bin ein bisschen verwirrt gerade also hier ist ein stein aber ist da der baum ich glaube ich muss wahrscheinlich wieder irgendwo da ein bisschen laufen nochmals links über den kleinen vorsprung ja ich glaube finden das sollte nicht mehr müssen das mal nochmals entspannt anschauen das werde ich mal morgen früh machen einfach mal alles noch mal anschauen dann finden wir es ja ich denke wir machen jetzt noch etwas lustiges wollen wir den bug ein bisschen zeigen von mir aus du hast ja schnelle autos kannst du wirklich guten bug ausführen schön hebelig sehr gut pack mal den heli hier der heli ist dann bald auch für einen schrottplatz hier geeignet also gehen wir zum bug und du kannst du schon mal abholen und dann ein bisschen gas geben also die sache ist im ist hier wo ja da unten ein bisschen nach oben kommt das dach da rein fahren oder auch von der seite hier einfach man kann sogar ein bisschen rund glitschen sehr gut kann man auch irgendwo hoch nö hier geht es leider nicht aber man kann zum beispiel hier hängen bleiben hier geht es leider nicht irgendwie jetzt geradeaus hier hat man mit dem nach links geleiten aber schweben kann man auch wieder ein bisschen so also dann kannst du mal los fahren da war gut eigentlich mal einen positiven effekt aufnahme effekt ja ja schaffst du es lol also jetzt aber mit vollgas kommt ja ich habe einfach motorleistung verloren grad ist da direkt abgebremst und so und einfach teleportiert nach oben damit ich leibste abbringen ich leibste abbringen sehr schön jetzt machst du von hier ja ich verliere einfach so die motorleistung grad Genau, ich komme mal mit rein und mache mal Ego Perspektive. Mal schauen, wie es aussieht. Hey, ich wollte jetzt nach links. Die Spielwege ist einfach gerade... So. Ja, ich kann. Ah, jetzt. So, mal gucken. Ich habe nur noch ein Anpass. Hast du es gemerkt? Ja, ich bin zurück. Ja. Man wird einfach nach außen wieder in die Perspektive gewechselt. Ne, wir haben gerade gar keine Leistung mehr, warum auch immer. Weil das Fahrzeug ein bisschen komisch beschert ist. Ja, leider geht es nicht. Warte, ich habe vielleicht noch eine Notfall Sache extra mitbestellt, weil ich meine, das hat damit auch schon geklappt. Hm. Ego B ist immer klasse. Es ist so komisch, die Ego Perspektive. Man meint immer, man läuft nicht um die Kurve. Und es wackelt immer so mega schön. Es spielt eigentlich kaum jemand in der Ego Perspektive, außer bei Schießereien. Ich bin schon ein bisschen blöd. Ich mag es irgendwie. Auch wenn die Übersicht extrem flöten geht. Oh. Wackel, wackel, wackel. Das ist so ein Problem von diesem Fahrzeug. Wer fährt da drüber als lässt, ist eine Leitplanke next. Wackel, wackel, wackel. Ja, als wäre es nichts. Das Haus ist nicht hier. Vor allem die Scheinwerfer sind noch erkannt. Ja, unbesiegbar erscheinlich. Zerstörbar. Die wären mal gut für alle anderen schnellen Fahrzeuge und so. Ja, da muss ich wieder helfen. Ja, jetzt warst du nicht mehr fähig. Hast du noch Glück gehabt? Liebes Fahrzeug. Immer hängen bleiben. Oh, der war schön. Was wir nachher noch können, ist ein bisschen Strassen sperren, damit sie die NPCs herunterfahren. Ist ja nicht wert von ihr. Los! So schön. Wie viel Kraft die Wummer hat. Und keine Munition verbraucht. Ich will das Auto jetzt haben. Ich war damit jetzt da drunter. Mein neuer Ferrari, Alter. Ey, gib mir den Ferrari! Schlappe! Nicht allzu viele Schimpfe damit. Das ist YouTube. Also plötzlich, das ist nur noch ab 18 Jahren anzuschauen wegen ein paar Schimpfwörter. Alter, mein Ferrari hat auch keine Leistung mehr. Wieso, hast du jetzt einen Stern mit einer Eins? Hab ich noch nie gesehen. Ja, das ist, wenn ich einen Fahndungslevel habe. Das wird dir dann immer so angezeigt. Aha, als C.O. nur was, wenn ich C.O. schützen muss. Ne, auch sonst. Ja? Drei schon? Boah. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Das muss man sehen können. Sorry. Entschuldige mir jetzt das Bullen Auto. Das muss zerstört werden. Entschuldige mir jetzt das Bullen Auto, weil mein Ferrari ist kaputt. Ja. Ich möchte keine Sterne, sonst kann ich wieder nicht sein. Ich habe sie. Bullen Auto vor der Win. Das beste Bugauto. Ja. Ja. Sehr schön. Ich muss mal gerade was gegen die Bullen machen. Die gehen mir jetzt schon auf die Nerven. Alter. Ja. Gute Heimfahrt. Bullen Farschen. Nennt so hin. Ich meine die Bullen. Wir sind doch hier am Rundspiel machen ein bisschen. Achtung an Bullen. Was? Vorsicht. Ich möchte wieder Sternchen holen. Boah. Ja, dank's. Halt ich's schon leider. Halt ich's leider schon wieder. Ich bleib auf dem Kopf liegen, wenn ich's nicht mehr. Bist bestgeschätzt. Na gut, meine Dürfen wieder. Also machen wir das mit dem... Bus halt mit diesem Fahrzeug. Ja. Was meinst du jetzt genau? Was wir zu haben? Ja, wir waren doch mit dem Flash, also Ghost... Mal an einer Kreuzung... Ja, so... So eine Einfahrt von der Autobahn. Wo wir dann Bus platziert haben, damit die Autos zu gehen. Ja, warte. Ich besorge mal den Bus. Ja, wir leben im Bus. Also Bus ist leider nicht so schwer. Transport. Flughafenbus, Bus oder Shuttlebus? Bus einfach. Okay. Shuttlebus ist klein, Flughafenbus ist klein. Oh ne, wir holen den nicht vorhandenen Leistungswagen. Wir fahren jetzt... Wobei... War jetzt keine kluge Idee. Haben wir hier nicht irgendetwas schönes bei Security? Ähm... Beim Depo ist momentan einfach keine Busse. Und durch die Stadt fahren auch keine Busse. Am Flughafen sind auch nicht. Die Coaches... Die ähm... Die ähm... Ja... Ich hab mal uns wieder... Superautofahren letztes Mal bestellt. Ja, aber wir müssen ja die Straße wirklich absperren lassen. Ja, aber der Bus ist ja hinten äh... wieder in den Hafen geliefert worden, weil wir so nah am Hafen sind. Ja... Gut. Dann ist klar. Also... Ich hab ja... Mal... Ich seh's leider nicht wo, aber... Ja, das ist gut. Wir fahren auch... Ich glaub ich lieber im OASERIS. Der sollte auf die Dauern auch schneller sein als... Nee, ich kann einfach wieder nicht aus dem Auto kommen. Manchmal geht einfach die Aussteigtas du nicht nachher... Nachdem du... Vom Beifahrer zum Fahrersitz... Ja... Direkt mal kaputt machen. Jetzt haben wir wieder Leitzung, komischerweise. Hier ist leider nur die Brücke, also hier kommst du nicht zum Hafen. Ah, dort... Links kannst du aber gehen. Zum kleinen Hafen kannst du. Ich komm da runter. Ja... Geh einfach hier links und dann kannst du... Ja... Wahrscheinlich zum anderen Dock. Ja... Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist. Oh, wie... Weg, Alter. Also ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist. Okay, passt schon, passt schon. Man, man kann die auf die Schnellstraße nehmen. Ja, die ist immer so extrem... ähm... frei, oder? Ja, guck doch mal. Kein Geimpfverkehr. Ja, kein Geimpfverkehr. Sehr schön. Das war... schade. Hast du nicht hier irgendwo bei... Hm... Hier links... Hier geht's. Ich hab gehofft, man kann da vorne noch... Also... Meter Trumpe an... Ja... Genau, hier ist er. Sehr gut. Das Stopp-Shirt ging mir eh schon die ganze Zeit auf die Nerven. Vor allem das macht uns den Brustkapps. Das ist bei Gate hier doch logisch, dass man die umfährt. Aber immer mein Platz. Ich glaub der erste geht immer hier links. Weiß ich nicht. Hab ich nie beobachtet. Aber scheinbar gibt's nur acht Plätze. Die anderen sind alle frei. Ich glaub 14, 15, 16... Na ja, 16 sind es beim Bus. Ja. Es gibt einen Bus mit 10, es gibt einen Bus mit 16 und einen mit 24... Also das ist der Stadtbus, der hat am meisten mit 16. Aber es gibt noch... Das ist ja auch der Flughafenbus und es gibt hier dann noch diesen Reisebus, der hat 24... Genau, der Reisebus ist der Best. Also wir müssen leider da links... Ähm... Diese Stelle. Okay. Ja. Alter. Merkiger können MBCs nicht fahren, ne? Fahrt mir aus dem Weg, Alter. Sie sind einfach in den letzten paar Meter blind, oder? Also sie haben keine Reaktion zum Ausweichen. Sie sind so programmiert, dass sie einfach irgendwie auf dich reagieren, aber genau blind. Also so richtig... Nö. Ich hab keine Lust auszuweichen. Kann man das eigentlich driften? Nö. 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 Wir sind ja mega schnell. Also jeder kleine Landbus ist schneller als dieses komische Teil. Genau. Das war dann, wenn wir sich den Bus auch ein bisschen zu stellen mit dem Zug oder so, dass er nicht explodiert, aber richtig komisch aussieht. Und wir können... Wir können ja ein bisschen Stunt fahren. Also richtig gute Chancen, wo man auch nicht so Beschleunigung braucht und so benutzen. Ja. Und wir können ja auch ein bisschen schwimmen mit dem Bus. Es geht an ein paar Stellen. Der nächste ein paar Parts werden wir das machen, mit dem Schwimmen. Je nachdem wie du Zeit hast am Abend, goil. Ich sollte jetzt diese Woche ordentlich Zeit haben. Ah. Super, ja. Tun wir einfach so merken, 19 Uhr am besten. Aufnahmen какие late Aunque, 19 Uhr. Ja, ich kann auch 18 Uhr kommen. Ja, aber dann bin ich am Essen und muss auch noch vorbereiten. Okay. Also hier sollte rechts irgendwo zerstört sein. Ja, da vorne. Sieht man nicht schon. Einfach so ein bisschen schräg hinfahren. Genau so wie jetzt kommt links an die Kante. Also, ähm, dafür ich mal kurz machen. Natürlich. Ich kann es leider nicht so gut sagen, aber... Am besten aus dem Weg. Ich muss hier echt gut ausholen. Das fährt der Leiter nicht. Aber sollte jetzt eigentlich fahren. Jetzt müssen wir denen einfach ein bisschen Angst machen oder so. Ohne Bullen. Da musst du hinfahren. Da. Da. Ja genau. Das machst du sehr gut. Ja. Fall runter. Und am besten hier. Bitte keine Angst haben. Nicht aussteigen. Seht. Wir sind gleich noch ein bisschen falsch. Zu wenig schräg. Doch der eine ist der Butter. Ja, ja. Boah. Die Rechte ist. Aber der hat schon leider Angst. Nicht Sterne holen. Aber man sieht, sie wollen nicht. Also, manchmal fahren sie extrem schnell da runter. Warte, ich reinige mal unsere Entsorgungsstrecke. Die weckt mich hier runter. Ja, auf die Beine und ich bin tot. Nee, das geht nicht. Ach komm. Ja, das ist ein Schneideprogramm. Ja, das ist ein Schneideprogramm hätte. Hätte ich das alles rausgeschnitten. Und hätte nur die besten Szene genommen. Nee, das ist ja auch langweig. Das ist ja Gameplay und nicht... Ja, wir machen die besten Videos und schneiden alles doof raus. Und die besten Szene ist nicht nur die, die nicht klappen, gell. Was haben die Bullen eigentlich jetzt? Weißt du sagen? Weil wir mit der Alienwaffen herumschleuten. Auch das herumschleuten. Sollen wir ganz schnell ihre Tresse halten? Alle runterwerfen. Sehr gut. Runterrollen. Ah, schön. Nun machst du sehr gut. Ach wunderbar. Der andere hat gleich mal das Auto nochmal so weggeschleudert. Ah, schön. Wunderbar. Schon vier Sterne? Ja. Ah, die Sterne sind so weggeschleudert. Fertgerecht. Au. Er snipet hat. Boah. Wenn jemand ein Bull hat. Genau. Schön gezielt. Boah. Wo? Ich bin hier unten gespottet und vor mir ist ein Auto gefeilt und explodiert, Alter. Bei mir ist übrigens gerade so ein Flammkörper durch die Wand geglitscht. Ah ja, jetzt kann ich euch noch kurz zwei... Die fahren hier immer noch runter, weil der Bus oben steht. Sachen zeigen hier. Das eine wäre, ja, da bin ich nicht sicher, wo das ist. Ich habe nur einmal kurz ausgetestet. Hier auf jeden Fall nicht. Soll der eine slide da oben auf der Bande. Slide slide. Einer fährt wieder runter. Skateboard. Die fallen hier einer nach dem anderen noch runter. Hier ist der Baum ein bisschen im Stein drin. Da ein bisschen durch den Stein hindurch. Also die sind hier noch fleißig am runterfallen, die Kollegen. Jetzt können wir kurz ein paar Kollisionsboxen abgeschaut. Ja, hier. Hey, ich bin der schwebende Drago. Ich kann immer sehr gut schweben. Ah. Aber ich suche gerade der Baum. Von wegen Handys sind gefährlich. Also irgendwo kann man nochmals schweben. Von wegen Handys lenken im Straßenverkehr ab. Nach hinten schauen lenkt immer die Straßenverkehr ab. Ich bin nochmals am schweben. Nicht so gut sichtbar. Ich kann schweben. Das ist besser als fliegen. Oder auf die Schnauze. Man schwebt einfach. Schüter Gott. Keine Ahnung was. Ich bin vor allem so einer der Hacker, der immer wieder neue Spiele kaufen muss. Irgendwie ist GTA Online jetzt mega beliebt. Aber ich sehe nie Freunde, die noch spielen oder so. Die wenigsten kommen überhaupt noch von letztes Jahr online und so. Ja, es trügt wahrscheinlich. Oh, schön ein Busch. Komm mal, ich habe einen Busch im Stein. Der guckt nur ein bisschen aus. Roksai, ist er faul. Ihr habt hier solche Missgeschicke da übersehen. Das geht nicht. Oh, hier kann man sich irgendwie reinrollen. Ich will hier reinrollen. Aber schau dir mal diesen Busch an. Schön im Stein. Ich weiß, wenn ich hier auch nahe dran fahre, geht er wieder runter. Ja, das ist ja ein Feature, damit man auch durchsieht. Hier ist auch ein Busch im Stein. Und hier ist, ja, hier ist die ganze Palme im Stein. Wir hatten das du ja mal gezeigt im Video. Ja, dass wir nicht zeigen konnten und nicht hochladen konnten. Hier ist ein kleiner Busch. Und hier ist ein großer Baum im Stein. Hier ist auch ein Baum im Stein. Hier ist ein Busch, teilweise im Stein. Roksai, ihr habt euch so viel Mühe gemacht. Ich bin stolz auf euch. From here. Hä? Schöner Busch im Stein. Der blüht, er blüht sogar noch. Ja, dann können wir gleich noch den Bug zeigen, dann ist das Video leider auch schon... Wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Aber ich freue mich, wenn ich auch mal 30, 40 Minuten Video machen kann. Jetzt geht übrigens mega schnell zum Hochladen. Dank dem MP4 Format. Das war eigentlich der beste Format seit dem Momentan. Guck mal, der fährt auf meiner Spur. Das geht einfach... Unmöglich. Man ist einfach zu... Die NPCs sind einfach zu nett. Sie fahren einfach immer... Was für ein Fallschwander, 1000? Ich hätte gerne Gangmitglieder oder so, die wirklich hässlich schlecht fahren. Also wirklich unmöglich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hat jetzt niemand gesehen. Hm. Immer diese tausenden Falschfahrer. LOL. Das sah bei mir gerade mega glitschig aus. Bist du so einfach geschwebt so langsam... Oh jetzt bist du wieder zurück. Teleportiert war. Jetzt wurde ich natürlich wieder an dich angepasst. Aber leider sind die Server manchmal nicht so performance-lastig. Manchmal? Sehr oft. Ich wollte schon sagen. Also wenn wir dann zu drittviert sind, können wir in öffentlichen Lobbys gehen und sind eigentlich ungestört, weil die haben Angst von uns. Meistens dann. Oder es kommen zu mega coolen Szenen, wie zum Beispiel, ja, einer will mit einem Oppressor oder so uns töten. Die ganze Zeit. So. Das ist unser, ja, unsichtbarer Balkon. Wir haben hier extrem gute Sicht auf... Nichts. Müll. Container. Lass fahren. Jo, nice. Ist cool. Ich mag's. Ich bin öfters hier oben. Schade, ich wollte dich von da schämen. Ja. Geht gut. So. Also. Dann machen wir... Als nächstes dann... Ja, müssen wir morgen dann machen... Ein lustigeres Video. Wie wird die Sterne von Bussen. Also. Können wir morgen noch. Also. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne ein bisschen wünschen, was ihr sehen wollt. Und... Ja. Einfach bedenken, dass ich ja nicht so ne gute Stellung habe von dem extrem sensible Maus habe und so. Und dann einfach auch noch ein bisschen mehr üben muss. Oh, schön. Dann klappt auch alles. Du darfst gerne ein bisschen mir jemand üben oder so. Kann man mit dem Auto eigentlich auch sein? Nein. Schade. Schade. Gut. Also dann. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.